Sinnvolles Aufwärmen startet am besten gleich hier mit dazu, egal ob von der Bauch, Beine, Po-Stunde, vor dem Joggen, vor dem Schwimmen, vor dem Tennisspielen. Dauert gar nicht lang. Die Füße sollten breiter sein als die Knie. Wir brauchen noch nicht mal Musik. Wir federn hier nach unten und ich erkläre euch dabei, warum, weshalb, wieso. Im Moment öffnen wir die Hüfte, das ist wichtig. Wir bringen die Herzfrequenz ganz leicht nach oben, das ist auch wichtig, und gehen jetzt schon mal in die Kniestreckung rein und die Hüfte geht nach vorne. Nehmt die Wirbelsäule mit, das machen wir auch schon nur noch drei, vier Mal und drehen und dann seht ihr es von der Seite, ihr zu eurem rechten Bein, es ist mein linkes. Von hier aus seht ihr jetzt die Fußspitzen zeigen nach vorne, die Ferse ist hinten abgehoben und eure linke Pobacke ist richtig fest angespannt. Ihr dürftet jetzt hier ganz sanft so einen leichten Zug in der Hüftbeugemuskulatur spüren. Geht rauf und runter und das ist in Anführungszeichen modern und neu. Wir halten die Dehnung nicht mehr, sondern wir bewegen uns dabei. Die nächste Übung wäre von hier aus Ferse tief, Ferse hoch, Rücken vor, Rücken zurück und bei dem Bauchnabel immer wieder so ein bisschen nach innen. Ihr wärmt also in dem Fall auch eure Gelenke auf. Wir brauchen flexible Sprunggelenke, wir brauchen aufgewärmte Waden, aufgewärmte Beine. Die ganz wilden jetzt wirklich gleich die Arme mit nach oben, dann geht die Herzfrequenz auch gleich so ein bisschen höher. Das machen wir noch zweimal mehr und dann bleiben wir oben. Jetzt geht es an die Schulter. Ihr dreht eure Daumen nach hinten und auch hier die Dehnung nicht halten, sondern öffnen. Ihr merkt, wie die Schultergelenke aufgewärmt werden, wie die Brustmuskulatur Länge kriegt und wie wir in dem Fall funktional agieren. Wir gehen von hier aus tief, die Daumen gehen nach vorne. Dadurch hat die Sehne im Schulterbereich Platz, die Supraspinatussehne, gehen jetzt auch hier nach vorne. Gerne tiefer. Richtet euch nach eurem Level. Eventuell bleibt ihr auch hier unten und bounced, federt so ein bisschen nach. Der Rücken wird super rund. Spannt euer Gesäß an, zieht euer Kinn zum Brustbein, geht zurück in ein Hohlkreuz. Nochmal super rund, ganz langsam nach oben und die Schulter zurück. Als nächstes drehen wir, ich zu meinem Rechten, ihr zu eurem Linken und genau dasselbe. Das heißt hier Po fest, locker, hinten Ferse hoch, Ferse tief, Ferse hoch, Ferse tief, Ferse bleibt oben, Po bleibt fest und wir federn wieder hier nach unten. Die letzten vier, drei, zwei, eins. Kommt zur Mitte zurück. Jetzt nehmt ihr bitte euer rechtes Bein nach vorne, euer linkes Bein zurück. Ich weise es spiegelverkehrt an. Jetzt wird es noch so ein bisschen spannend. Wir gehen hier hoch, die Ferse ist hinten oben bei eurem linken Bein. Gesäß ist fest, die Schultern sind tief und jetzt wärmen wir Rumpf und Hüfte auf. Das ist richtig. Tick, tack, Balance hin und her. Vier, drei, zwei und eins. Arme tief, Schultern zurück. Das Letzte zur sogenannten geschlossenen Kette. Hier vorne bringen wir Power drauf. Drehen am rechten Bein bei euch vorbei. Vier, drei, zwei. Eins zur Mitte zurück. Die Schultern zurück. Schließen und wechseln. Auch hier wieder stabiler Stand. Fers ist hinten oben. Po ist fest. Hüftbeuger sind lang. Gehen ein bisschen tiefer. Bleiben tief. Und dann auch hier Tick, tack. Und ihr merkt es gegebenenfalls auch in der Taille, in der Hüfte. Aufwärmen. Gelenke schmieren. Die Viskosität in der Muskulatur verbessern. Gehen hier tief. Kreisen zurück zur geschlossenen Kette. Schultern tief. Öffnen. Drehen. Auch hier wieder rüber, 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 rüber. Lösen und marschieren. Solltet ihr das Ganze draußen, vielleicht sogar vorm Joggen machen, dann würde ich euch noch empfehlen, erstmal ganz locker loszutrippeln. Zwischendurch das Knie schnappen, egal welches. Und nach oben anheben. Trippeln. Und auch hier andere Seite. Hochheben, anheben. Vor einem Laufen. Die Sprunggelenke noch auskreisen. Sprunggelenke auskreisen. Trippeln. Und dann kann es eigentlich für egal was losgehen. Die Sprunggelenke auskennen. Stます die Krösen.